Die dritte Liga live bei Magenta Sport präsentiert von B-Win. Leeres Konto gegen volles Konto, punktlos Jena empfing Traumstart Braunschweig um natürlich den Mann der Stunde um Martin Kobielanski. Darauf wollte sich Jena einstellen und schwöre sich auch ein, rauskrabbeln aus dem Keller, das Motto bei Carl Zeiss. Aber es spielte zunächst nur der Gast aus Niedersachsen. Die Eintracht und das pure Selbstvertrauen sofort zu spüren. Marcel Bär, einer mit Carl Zeiss Vergangenheit, scheitert am Gesicht von Jena-Keeper Koppitz. 18 Minuten zu diesem Zeitpunkt absolviert. Es war Einbahnstraßenfußball im Ernst-Abbelsport-Feld. Jena bemüht, aber extrem nervös und fehlerhaft. Und die Eintracht stark im Konterspiel. Kobielanski, klasse öffnender Ball auf Proschwitz. Der mit Platz und gutem Auge sah gerade noch vor Bär, aber aus dem Rückraum. Kessel, zack, 1-0, 29. Minute. Benjamin Kessel, der Kapitän und Rechtsverteidiger, entdeckt plötzlich das Tore-Schießen für sich. Sein Versuch allerdings noch abgefälscht von Kübler. Kessels zweiter Saisontreffer hatte schon gegen 18.60 getroffen. Christian Flüttmann, Daumen nach oben, starker Auftritt bis hierhin von seiner Mannschaft. Die auch nicht locker ließ gegen schwächelnde Carl Zeiss-Kicker. Wieder der agile Bär, klasse Übersicht für Proschwitz. Die Latte verhinderte in Minute 41 das 2-0 für richtig gut aufgelegte Braunschweiger. Auf der anderen Seite Lukas Quaschenjörg, oh, das wenig von seiner Mannschaft. Das Ergebnis noch milde und auch im zweiten Durchgang jede Menge Dusel für Jena. Zweiter Aluminiumtreffer Pfitzner an den Post. Auch die Standards von Eintracht Braunschweig hatten jede Menge Qualität. Und Kubilanski, wieder Pfitzner, Koppins und die Latte zum dritten Mal Aluminiumpech für Eintracht Braunschweig. Das Ergebnis längst extrem schmeichelhaft. Der Anhang glaubte aber weiterhin, denn es stand ja nur 0 zu 1. Aber es kam überhaupt nichts von Jena. Bis Minute 73 dann mal hammern. Und dieser stramme Versuch, um ein Haar der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Aber Braunschweig hatte auch die Entscheidung mehrfach liegen gelassen. Kurz vor dem Ende. Nochmal die Löwen. Kubilanski, spielerisch leicht die Balleroberung. Und dann mit dem Auge für den eingewechselten Ademi. Und dann war es dann auch soweit. Und 81. Minute, Orhan Ademi mit seinem ersten Treffer nach seiner Rückkehr zur Eintracht. Und klar, wieder ein Scorerpunkt für Kubilanski. Nummer 6 in dieser Saison. Koppins komplett machtlos. Und das Tor längst überfällig. Und das war es dann auch. Die Eintracht in allen Belangen überlegen. Es bleibt dabei in dieser Saison. Braunschweig marschiert. Jena verliert. Das war heute sicherlich das schlechteste Spiel, seitdem ich hier Trainer bin. Wir haben einfach in die falschen Räume gespielt. Wurden laufend ausgekontert. Und das Beste am heutigen Spiel ist im Endeffekt, dass wir nur 0 zu 2 verloren haben. Ich bin sehr zufrieden tatsächlich. Was ich jetzt anmerken kann, sind die Chancenverwertungen, die wir hatten. Da waren einige Chancen dabei, die wir hätten machen müssen. Aber trotz alledem nach hinten heraus, wir haben nicht die Ruhe verloren. Auch beim 1-0, wo dann Jena so ein bisschen weiter gedrückt hat. Und weiter in der Ballbesitzphase hatte. Waren wir weiterhin ruhig, weiterhin strukturiert. Und dann haben wir die Chance dann genutzt im 2-0. Deswegen sehr, sehr positiv und sehr, sehr zufrieden. Drei Spiele, drei Siege. Was für ein Start in die Saison für Christian Flüthmann und Co. Die Eintracht wären stark, aber auch richtig klasse der Carl Zeiss-Anhang. Es gab trotz enttäuschender Leistung und der dritten Niederlage im dritten Spiel viel aufbauenden Applaus. Vielen Dank.